ja guten morgen ihr wundert euch bestimmt was soll dieser komische aufzug ich bin aktuell in vorpommern und ja mal wieder nicht auf temperaturen vorbereitet deshalb gibt es keine längere tour weil ich habe weder taschen dabei nachrichtige klamotten sondern alles nur kurz und ja typisch tja was soll man dazu sagen also eigentlich gibt es dazu nichts zu sagen es ist jetzt sieben uhr und es ist alles so menschenleer und das ist doch geil das ist der strand dickermünde also sie bei dickermünde eigentlich eine schöne ecke ja und wie gesagt ich denke das kann man mal kurz zeigen nichts so besonderes aber schön ja 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 ja